moin leute da sind wir wieder die altbekannten zwei ja und wir hoffen jetzt dass wir diesmal ohne probleme auf den server kommen 3 2 1 niklas anrufen ja warte ich wähle ihn schon aus das ist so dumm ok anruf kommt warte bis morgen steht halt wieder da ja ja niklas komm steh steh vorne auf steh vor der toilette auf und lass uns rein ich bin der toilette ich habe ihn rein lassen ich bin der toilette ich bin euch nur im sessions gaming ich verstehe nicht warum es nicht funktioniert ich bring die plug-in um ich bin der typ der kann schon gar nicht mehr das schreibe ich mal hin hab ich schon mal hingeschrieben ja ok mach das bin ich wieder schön im video ja ja oh geil ja ach kinder 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 oh komplett übersteuert ja ja leute das können jetzt wir waren ja eigentlich drei teams am anfang waren wir zwar nur zwei teams aber wir waren drei teams und dann sollte noch ein ganz ganz starkes team kommen also die haben sich für die stärksten gehalten das haben sie gesagt, ganz genau so sind beide an einem Creeper gestorben die hatten jetzt auch ihre 4 Sessions und dann sind sie an einem Creeper verreckt das ist halt belastend muss ich mit Niklas los? Ok, 3, 2, 1 geht immer noch nicht Nein, ich kann Slash eingeben, weil ich zu Ihnen gekommen bin das Slash ist über der 8 auf dem Namepad Hä, auf dem Namepad? Hä? Über die 7 Ja, über der 7 Oh mein Gott, Jodi Über der 8 bei dem Namepad, das geht viel einfacher da braucht man nur eine Tasse drücken anstelle noch Schiff Ja, Schiff mag ich gerne Nee, Schiff ist eine Scheißtaste Alter Können wir? Junge, können Sie das in 2 Sessions so bekommen? Ja, warte, ich gebe nicht Achso, die haben nur 2 Sessions gespielt, Julis hast du wahrscheinlich gerade auch gehört Ja, also nur 2x15 Minuten Ja, und haben da dann Ja, dann habe ich sie safe gehackt gehabt Ja Also die hatten ein schärfes 2 Schwert und 10 Dias oder so Ja, mehr noch Ok, 3, 2, 1, go Ok, ich warte jetzt nochmal, weil du eh nicht gejoint bist Ja, doch jetzt Ja, ok, ich auch Wo bist denn du hin? Ich bin bei dieser Kiste Ja, ich bin noch nicht da Was ist die Kiste? Was ist die Kiste? Hinter dir Ah So, ok, ja Oh, das Lava Wir hören uns Ja, ja Ja Ach, warte, wie heißt denn du auf YouTube? So wie im Gang Ja, im Agent 29 Also, Joni, welche Höhe sind wir? Oh, das Lava Ist eh, eh, Block 12 Soll ich hier einfach mal so weitergraben? Ja, können wir, oh Ja Ja Ich brauche ne Äh, Effizienz 5 Hacker, alter Bin ich auch noch nicht so einverstanden Was mit Geheimagent? Ja, da kommt dann noch so Irgendwie alles Rapper Ja, ok, dann Niklas, wenn, dann kommst du jetzt mal TS, weil Handyqualität ist nicht so gut Ja, ne, geht es nicht, geht es nicht los Ja, ok, ok Ja, tschau Gut, dann Endlich, weg mit ihm Also, wie das Stripmine geht aber anders, ne? Ja, ich will erstmal nur kurz den geraden Weg nach vorne bauen und dann seitlich Ja, ok Gut, dann Niklas, ne, wir hören uns vielleicht nochmal Ja Wir freuen uns, okay, genau Wir freuen uns, okay, genau Tschau Död Das ist Erde Scheiße, private Dinge kann ich ja hier gar nicht jetzt in der Aufnahme sagen, ne? So Adresse liegen und alles Ich mach nicht den Romatran ein Das wollte ich grad sagen Ja Alter, wie oft Siebener oder so hat er schon Ja, hat er auch Alter, das wär halt schon übelst belastend Ist halt die Adresse seiner Eltern Ja Ja Haha Wie feierst immer, wie hinten die Tür aufgeht und dann Romatran, der hat so einen Button, wo der mute und Kamera aus Ja WLAN Wahrscheinlich hat Simon, äh, so seine Dinger gefunden hier Seine, äh, äh, Dias, einfach nur gerade gebaut Ja Ne, die haben, die haben ja nur einen Gang, äh, sieben Blöcke lang gerade gebaut und dann Ah, das hat Niklas gesehen oder was? Ja, ja Der Konning zum letzten Ort, wo sie waren Also, die waren eh, äh, die waren eh, wir haben aber hier auch gerade noch kein Glück Die waren eh, äh, übelst, äh, weit weg, äh, äh, bis verteilt, quasi Beide Das ist kein Englisch zu sprechen Äh, ja Also, Simon war irgendwie an der Oberfläche, glaube ich, und hat dort dann ohne sein Headset, ähm, Tiere getötet oder so, also für Essen gesagt Ja Und Tom hat irgendwie sieben Blöcke weit gekraben und 15 die hast du gefunden. Alles klar. Alter, mein Hacker ist gleich kaputt. Wollen wir uns zu zweit zu graben? Also dass jeder quasi seinen eigenen Gang gräbt. Und noch rechts daneben? Ja. Ja, können wir auch machen. Warte, der Workbench hier rein. Ich habe 17 Dias. Oh Gott, ich wollte immer gerade Dias haken machen, weil ich 17 Dias gesagt habe. Ja, ich habe eine Dias. Ich würde sagen, es reicht. Was? Das wird gleich gekickt. Ach so. Ja, okay, das ist gut. Warte, dann gehe ich 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10. Soll ich hier so weitermachen? Oder noch 2? Willst du einfach vielleicht komplett in die Richtung haben? Ja, stimmt. Ich höre auch links vor mir Wasser. Er hat noch ein paar Fackeln. Oder warte, ich kann mir selbst welche machen. Stimmt. Ja. Warte, wir können... Oh, schuld, ich hatte noch 64. Jetzt habe ich 52 und 64. Ja, okay. Einfach so. Ich nehme mal hier alle Fackeln mit und mache dann hier hinter uns zu. Wir könnten hier unten in den Gängen auch eigentlich Mobs spawnen. Ja, natürlich. Ey, Joni, ich weiß noch im alten Projekt an der Skelettfarm. Ich leuchte rundherum so viel aus und am Ende hat an dem Spawner noch eine Fackel geklebt. Die Junge... Oh, shit, hier, bei mir ist eine Höhle. Hey, Leute, hier waren wir schon mal. Ja, wir waren überall. Ja, hier, hier, hier hatte ich zugebaut gehabt. Oder, warte, ich will noch mal kurz gucken. Aber ich will mir hier einfach kurz denken, weil ich dort von einem Mini-Zombie, glaube ich, angegriffen wurde. Ah ja, ja, ich glaube, ich weiß sogar, wann das war. Welches Level bist du jetzt? Äh, 21. Ja, ich auch fast. Morgen dann Nether? Ja, wahrscheinlich genau das ist unser Plan, das würde morgen in den Nether gehen. Warte mal, ey, das ist hier, glaube ich, ja, das ist diese Riesenschlucht hier. Okay, ich gehe wieder zurück. Aber ich grab mich irgendwie da drunter durch oder halt nicht genau da lang. Jetzt habe ich auf Discord irgendeine Nachricht bekommen. Alter, was bekomme ich hier gerade auf Discord für Nachrichten? Warte mal kurz. Äh. Ach, ich wurde angerufen. Kannst du, also weißt du, wie das funktioniert? Hast du da deine Probleme? Ich, ich war schon öfters mal auf Discord. Welche Höhe bin ich überhaupt kein Screenshot machen? Hier hinten ist Redstone, immer wo Redstone ist, ist auch, sind auch Dias. Das ist jetzt wie das. Leider nichts gewesen. Äh. Ist halt lächerlich, dass man hier nichts findet. Ich habe einmal komplett diese Erde abgekramt. Ich habe schon wieder Redstone. Jetzt gerade? Nö. Ach so. Dann habe ich das immer gemacht, dann habe ich nie wieder Dias gefunden. Spielst du auch Sichtfeld hoch oder Sichtfeld normal? Oh, warte, jetzt ist bei mir Erde. Jetzt gucke ich mal hier, ob hier was ist. Nö, ne. Okay, ich glaube ich. Also auf maximal oder was? Ja. Äh, ich auch. Wenn ich mir das abgewöhnen will, geht das gar nicht mehr irgendwie. Nö, nö. Wenn ich jetzt YouTuber oder so schaue, die das nicht so spielen, ich denke mir immer, Alter, wie nah spielen die denn dran? Ja, ja, ich weiß. Oh, ich ja, Lava. Aber, Lava ist da. Da hinten ist wieder Redstone mit Kohle. Redstone und Kohle ist schon mal gut. Wenn jetzt da noch Dias dabei wären. Das ist Kohle. Ja, sonst könnte ich das gut. Ja, ja. Oh, da ist so viel XP. Fast schon Level 22. Boah, ich finde wirklich gar nichts bei mir. Bei mir ist nur nicht mal Eisen oder sowas gespawnt. Ja, Eisen hatte ich gerade. Oh, warte, ist hier hinten gerade eine Höhle. Ich würde mal gucken. Ja, wieder Eisen. Ja, ach. Ja, war ich auch schon gerade. Boah, ich bin halt so müde. Ich fühle dich laber überall. Ich habe irgendwie ein dummes Gefühl, dass hier hinten was ist. Ich sage, ich habe ein dummes Gefühl, dass da hinten was ist. Ich baue mich hin und instant die Spitzhacke kaputt. Warum habe ich die Workbench nicht mitgenommen? Ah, egal. Neu-Craften. Oh, verrottetes Fleisch habe ich mal jetzt weggeworfen. Ich weiß nicht. Wie viele Höhe sind wir da? Zwölf. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich grad nicht mal da zu den Lava Seen hin oder so, wenn da die erst hin... Ich hab mich schon live dorthin gegraben, ich find's einfach nicht. Okay. Sind Jonas und Marlon in die Richtung da gelaufen, da wo ich hin bin? Also da wo ich gespawnt bin? Ich glaube nämlich... Oh, bei mir kommt Wasser rein. Ähm, in Richtung Marlon gelaufen. Du weißt ja, wo der gespawnt ist. Er ist ja fast neben mir gespawnt. Kann sein, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaub, in die Richtung sind die genau. Okay. Ich glaub, die sind sogar gerade gelaufen, gar nicht so diagonal wie wir. Ich glaub, da wo du gespawnt ist, von dir aus genau geradeaus. Also links von dir, bisschen so. Ja, das glaub ich auch. Ich hab jetzt bis zu uns vorne hin gespawnt, mein. Und war schon wieder nichts, das ist halt lächerlich. Ja, ja. Wenn ich wieder seh, wahrscheinlich ist jetzt hier genau unter mir irgendwas. Ja. Ich grab mich jetzt grad runter und guck mal da in alle Richtungen. Tatsächlich war hier grad auch nichts. Nice. Dann hätten wir alle eher zu. Zweieinhalb Minuten noch. Oh, das erste Mal Eisen. Genau straight zu kramen. Wahrscheinlich ja nicht. Hast du jetzt grad gar nicht gespawnt, oder was? Ne, ne. Na. Wir müssen halt wieder mal auf ne Höhle treffen, oder so. Wie strip meinst du? Meinst du immer dann, ähm... Alle zwei Blöcke. Also, im Zwischenraum zwei Blöcke, so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, es ist... Es gibt ja auch so die Taktik, dass du erst... Ja, also im Zwischenraum drei Blöcke dann quasi hast. Weil... Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Diamant alleine oder zwei ist ziemlich gering. Aber... Okay. Ich hab keine Ahnung, weil ich halt schon immer eigentlich so... Ja. Was machst du? Ja. Guck, hier hinten ist Redstone, ich baue mich da jetzt auch mal hin, weil ich irgendwie... Ich hab immer auch mal bei Redstone, hab ich immer Dias gefunden. Jetzt ist zum Beispiel an Redstone hier auch Eisen mit dran. Hm. Alter, wie viel Eisen ist denn hier? Ich habe grad ne Fledermaus bei mir gehört. Ich würde für ne Höhle wahrscheinlich sprechen. Was soll ich? Alter, schon wieder meine Hacke kaputt. Ich werde in 30 Sekunden gekickt. Ja. Ich hab anderthalb Steaks Eisen aber halt... Ungebraten. Ja, ich hab auch so was in den Ofen. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, so viel Eisen zu haben. Oh, hier hinten ist nochmal Redstone. Da muss ich hin. Okay. Das war's dann auch wieder mit der Folge, es ist jetzt nicht so strahlend, das passiert. Und es wird jetzt nächste Folge wahrscheinlich auch nicht so Spannendes passieren, weil wir heute weiter meinen werden. Aber... Ja, lass dich überraschen. Ciao. Ja.